oh du bist scheiße ich weiß sagt man mir nach das ist gut frisches frisches noch im chat frisches kennst du ist schon ist ein wirklich alter film aber ich finde er ist einfach echt lustig also wirklich lustig unternehmen betticoat der school tony curtis und gary grant nein okay okay das geht um ein 50 ende 50 60er also ist schon in farbe alles talala es geht halt darum um ein u-boot stützpunkt und die fliegen das u-boot das wird er zerbombt die fliegt das wieder nur durch die zusammen und das wird dann später pinseln sind das also geht eigentlich um rosa u-boot aber der film lohnt sich wirklich der humor ist auch wirklich klasse hallo will er mich fragen wieso fange ich denn schon verletzt an ich finde das nicht so lustig ist das vielleicht meine komische fähigkeit ich werde ich mir vielleicht mal genau durchlesen sollen ich habe nur ich habe nur die erste zeile gelesen das blut gering schneller sprich hinterlas keine blutspuren ja wenn das aber zur folge hat dass ich hier einfach schon rum ich finde das gleich weniger lustig ich bin hier schon krieg ich bin hier schon kriegstädter ich bin schon ich bin schon angefreggelt ja ich sehe ihn irgendwie läuft ja so ein bisschen planlos durch die gegend habe ich das gefühl ja ich bin doch nicht sicher ob er weiß was man tun muss weil er hat mich auch nicht gehilt ist gar nichts er ist genau vor mir und jagt da so eine hier annemarie ich bin ja also ich bin am generator aber auch nicht mehr lange weil ich glaube das steht hier ich bin mir gleich wieder alter der hat mich direkt gesehen wieso tut er mit wieso tut er mir nichts ich meine ist gut aber ist der ein bisschen zurückgeblieben ach er ist ja der hintermelder ne ja gut ja mir hat er auch nichts getan er hat nur meinen generator kaputt gemacht das ist bestimmt so eine kinderkettensäge das liegt für die geräuschung ich glaube einfach das spielt das erste mal den killer und halt keine ahnung was er tun muss das kann auch sein ja gut gut für uns ne ich nehme diese 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 fähigkeit wieder raus das ist ja mal richtig assi ey ich glaube wir rum so ich sehe es aber ich verliere wirklich kein blut das ist ja einfach aber schön dass er wenigstens mein hat ja er steht genau vor mir der jetzt jetzt rennt er weg aber er ist doch in der nähe also das ist noch kritisch ja ich höre hin ja ich höre hin jetzt gerade bei ach annemarie kommt jo annemarie dankeschön annemarie ich heile dich ich weiß gar nicht ob das geht ne tatsächlich nicht ich kann ich tatsächlich nicht heilen ja ich muss die fähigkeit wieder rausnehmen ist ja schön dass man keine blutspuren sieht wenn ich am boden liege was war das denn eben war ja mir vorbei und plötzlich war ja weg ich bin auf jeden Fall gekommen ja okay okay der ist echt nicht ganz edel im schädel was mich nur echt stört dass ich auf der karte also dass ich die generatoren ich hab jetzt meinen kompletten herzinfarkt jetzt bin ich schon wieder hier, wo ist denn hier noch ein verpiepter generator und ich seh hier vor allem ich weiß wo jetzt und hast du noch ein trommelfeld ja ja wieso ja 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 weil ich eben etwas geschrien habe weißt du steht da plötzlich frotus hinter mir gut dass das nicht geknippt wurde ey herzinfarkt ich komme immer noch nicht drauf gleich oh du liest ja schon wieder ja aber erst nachdem man mich zigtausend mal oh danke ey die also die die eine kann mit der taschenlampe echt umgehen das ist sehr schön so ich habe mich jetzt wieder gefangen aber immerhin jammert der typ hier nicht so wie jake park aber er schlawinert hier noch durch die gegend na ist er jetzt weg da hinten läuft er er verfolgt die eine oh gott ich muss diese diese super fähigkeit echt wieder rausnehmen ey die fuckt ja mal so richtig ab ich habe vergessen mir sogar einen reinzupacken ich sehe dich ja nicht du achso ein generateur noch oh du wen denn wo denn mich ja guck doch mal ein entschuldigung ich sehe halt nicht ohne diese ganzen fähigkeiten hier ist man ja echt aufgeschmissen ich weiß gar nicht wie haben wir das am anfang eigentlich gemacht oh hier ist ein tunnel oh bännerfeuer du hängst dich am haken oder nö du hängst dich am haken oder nö ich finde kein generator rrrr ich habe einen den ich gleich fertig habe mit conchinella hier conchinella wer ist denn conchinella conchinella ist hier äh lucas blugas hol die jo consuela ne diese fähigkeit ist doch müß ey diesen fisch esse ich nicht ich glaube da ist endlich mal den dreh raus wie das hier funktioniert ja das wäre aber nicht gut jetzt so kurz vorm ende also lärm machen kann er mit seiner kettensäcke das habe ich festgestellt ja 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 wir müssen den generator fertig machen aaaah wurstelbude kommt wieder was wurstelbude wurstelbude ja ja der heißt bestimmt in echt peter wurstelstangen peter wurstelstangen ja nicht aber geil ist wie er jedes mal zu dem scheiß generator wieder zurück geht alter ich finde überhaupt gar keinen ey was ist denn hier los ich brauche die fähigkeit dass mir das angezeigt wird sonst bin ich klingt wie ein maulwurf wieso ja ne eigentlich nicht ja doch eigentlich schon sonst ist ein maulwurf wäre mein schädelkreis ein löller vogel hör auf geh weg So schön, Bruder, kommt. Okay, ich hab den Auspack. Bist du raus? Nee. Ich bin direkt an dem Ausgang, aber das ist der Falsche. Ich geh einfach einkaufen und lass einfach laufen. Ja, alles gut. Viel Spaß beim Einkaufen. Aber der Killer kann ich lesen, was du da schreibst, zum Glück. Alter, hittet der mich noch im Ausgang an? Bist du raus? Jetzt ja. Sehr gut. Ja, ich hab nur gewartet, ob jemand kommt. So, die Fähigkeit nehme ich jetzt direkt raus. Huch, warte. Das geht ja mal. Ja, ich hab fast... Also einen Punkt hab ich gemacht, aber ich hab fast mal zweiten gekriegt. Oh, ho, ho. Verdammt, ich wusste es, ich hab da einen Haken. Ja, einen Haken gibt's leider fast überall. Gott, ich komm immer noch nicht auf den Schock von ihm, klar. Verbindung unterbrochen, bei dir auch? Ja, du bist ein bisschen mehr drin. Glitzte mich noch mal bitte ein. Danke. Weißt du, wenn wir zusammenspielen, dann musst du das nicht fragen. Das ist bewusst, oder? Ich bin halt ein glücklicher Mensch. Katzenähnliche Reflexe reduzieren die Taumeldauer von Sturzen. Das klingt gut. Lange Nächte außerhalb der beigebrachten Westens wird dem Ausdruck kommen, was du hast. Zwingt den Verbrauch der Item-Einheit. Uh. Durch jahrelang Versteckspielen mit der Polizei hast du ein oder zwei Dinge über Tarnung gelehrt. Deine Bewegungsgeschwindigkeit, während die Tierchen ist um 90% erhöht. Ja, das sind doch alles gute Fähigkeiten. Eindungsgeschwindigkeit um 100% erhöht. Du hältst einen Zähler auf das Ausfall der Nahrung. Du hältst einen kombinierbaren Bonus von 25% pro Zähler auf den Blutboden. Erste Hilfe. So, Blutnetz. Blutnetz. Ich weiß, wie das funktioniert. Was? Blutnetz? Blutnetz. Der Schuss ist Futter. Äh, wohne kein Futter. So. Hab ich einen Werkzeugkasten? Nein, hab ich nicht. Du hast einen Verbandskasten. Ja gut. Jetzt auch ein Name, wer irgendwie... Ach, wir kommen. Nehmen wir auch unseren Verbandskasten so. Zack. Zack. Da, 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 da. Jetzt singt sie schon wieder. Ich bin eine Biene. Ja, ich weiß. Ich heiße Marvin. Marf. Ich heiße Helga. 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 Helga von Wiese Gurt. Die olle Helga. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Uiuiui. Jetzt ist schnell frisches Leben einfach hinter mir, ne? Her, frisches. So viel Zeit muss sein. Alter. Ich hab immer noch einen halben Schockel. Voll, 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 voll mir geiles Satz nicht erschrecken. Was mach ich hier frei los? Da ist ja noch ein David King. Das ist aber nicht der echte. Ich... Obwohl, der sieht im Gesicht, der sieht im Gesicht schmal aus, wie ich. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das werde ich sogar mal rausklippen dann. Also nicht per Stream, sondern dann irgendwann mal für. Best ofs oder so. Der Schrei war bestimmt gut. Ich hab ihm leider nichts mitbekommen. Die ganzen, die ich mitbekommen habe, ich hab dir voll ins Ohr geschriechen. Ehrlich jetzt nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich mein, wär ja natürlich gut, wenn mein Mikro, oder wenn ich das tatsächlich so eingestellt hab, dass der das wie bei frisches einfach rauspackt, äh, also rausfiltert. Wär natürlich geil, aber alter, hab ich gefriegt. Und das war super, schreibt da. Vor allem... Super. Ich weiß bis jetzt noch gar nicht, was Fotos eigentlich wollte. Ja, nur mal so, da wollte ich mal besuchen kommen. Nee. Nee? Nee, ich glaub nicht. Weißt du doch gar nicht. Das ist eine Vermutung. Ach so. Wahrscheinlich hängt da ein Steckbrief aus. Warum? Weiß ich nicht. So. Ein Foto für den Job. Oh Gott. Oh Gott. Ja, wir haben so viele tolle Bilder. Warum? Nimm, nimm, nimm einen von einem Heiratertag. Das ist noch viel schöner. Weißt du? Gerade von Glenn. Wir sind so schlabbersachen hier. Überhaupt nicht zurecht gemacht. Und er macht ein Foto. Ich lege, ich lege, ich lege gerade das Veto ein. Vor allem, ich habe ja so gewohnt, hä, Foto? Was? Was? Foto, wofür? Ich will das. Ich will ja mit dem Foto. Ein Foto. Er hat doch so viele. Ja, das lag tatsächlich an der Fähigkeit. Ach, das ist diese Geister zu so'n... Ah, okay. Seine Splitter-geblaue Queen. Die tote Schlumpfine. Die tote Schlumpfine? Mhm. Scheiße, das hat der... Du Arsch! Wow! Scheiße! Fuck! Verpiss dich! Wieso eigentlich immer ich als erstes, Mann? Äh, warst nicht als erstes... Oh, scheiße. Warst gar nicht als erstes. Gefühle schon. Nee. Ah, ich hasse dieses Vieh. Eigentlich hasse ich irgendwie fast alle. Ja, genau. Jetzt knackt das auch noch so schön, wenn es mit dem Frippenhof geht. Und mir ist sie vorbei. Darf ich fluchen? Sie ist ab 18. Mach. Ach so, sie hat jemand. Ja, Gott sei Dank. Dann kann ich ja irgendwo weitermachen. Ich hab das schon so weit den Generator, ne? Oh, das hängt ja auch noch dahinten, ey. Bist du in seiner Nähe? Ja, ich werde aber gerade verfolgt. Ich würde ihn auch gerne retten, aber die Lungen... Ja, klar, und sie weiß trotzdem, dass sie da drin wird. Jetzt hat sie dich, oder wie? Ja, natürlich hat sie mich. Oh, nicht gut. Bin die einzigste Frau hier drin. Ja, ich komme sofort. Hä, warum ist denn der Typ jetzt tot? Der hat doch noch Lebensenergie gehabt. Ja, ich komme sofort. Ich bin quasi auf dem Weg. Aber die Alte ist mir quasi auf den Fersen. Ist das eine Bewohnerin Rampanoa? Äh, nee. Oh, da kommt jemand. Auch mal. Ah, scheiße. Geh weg, ich habe nichts gemacht. Ja, dann heim ich schon. Was habe ich denn gemacht? Nicht du. Ach so. Bist du ein bisschen frei hinkommen? Oh Gott. Das habe ich jetzt gehört. Ich hasse diese Map. Ich sterbe hier immer auf dieser Map. Ich verliere doch meinen Punkt wieder. Ah, okay, da bist du. Ja, komm nicht her. Die ist hier noch. Immer noch, oder? Ich kann nicht ganz hinten nachgucken. Ich glaube, ja. Ja, ja, ich sehe sie. Ich sehe sie. Ja, ist sie. Ich sehe sie immer. Scheiß Camper. No, sie kämpft nicht. Naja, sie hält sich immer in deiner Nähe auf. Ja. Bist du frei? Ja, ich bin frei, aber gleich tot. weg ja ich meine ich fühle ich dich heilen das ist darum das übliche problem ich finde keinen generator wo ist wo einer wobei doch einer wüsste ich meine ich ja ich sehe auch einen aber du bist das hier nicht ne ne ich hab die tuse gerade gesehen sie ist da oben sie ist da oben ich weiß ich sehe das ich wundere mich warum ich nicht weiter komme muss ja irgendwie mal an punkte kommen die lungen da hinten rum verdammt der auto wo bist du bin hier hinten vom stein führst du zu einem generator weiß ich bin auf dieser map so schlecht deswegen ich hab die erst tatsächlich ein vielleicht höchstens zweimal gespielt ich weiß es gar nicht ich mittlerweile schon öfter aber die kommt echt selten eigentlich online ich weiß wo noch einer ist ich bin mir nur nicht 100 pro zeitlich sicher das macht nichts nein doch ich meine stelle ich nicht so hin dass sie sich sehen könnte auf die andere seite ich bin das nicht ach so problematisch wenn ihr beiden das gleiche auftritt haben ah hallo warum schräuchzen sie auf blöd mann Piss, die bläht! Scheiße! Geh weg, du abgeheiferte! Und wir waren so knapp, den einen Generator dazu haben, ne? Ja, ich weiss. Ah, freust du dich jetzt, Bitch? Lass mich los, du Truller! Lass mich los, du Truller. Okay, da oben ist sie. Okay, ich werde sterben. Jupp, ich werde sterben. Und ich habe bestimmt meinen Punkt verloren, wenn ich mir eben karte arbeitest habe. Oh Scheiße! Seed of Obsessenheit ist... Ach, okay. Deswegen konnte sie sich zu mir porten, weil ich das Seed of Obsessenheit war. Ich habe gar nicht darauf geachtet, eben. Oh Gott sei Dank, ich habe meinen Punkt wieder verbeißen können. So, schauen wir doch... Ne... 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 Ja, Digi zu. Ja, wie ein Blutgebüsch hinkt. Ja, aber das fällt nicht auf. Das... Verblüht. Du siehst mich nicht, ich bin ein Pils. Ich bin ein Pils. Oh, du hast es doch gesehen. Das war dumm. Ah ja, gut. Es gibt Schlimmeres. Ja, du brauchst nicht, dass die dich nicht mehr kaputt machen, du blöde Butsch. Ha! 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 Bla hue. Ja klar und jetzt gehen die Tore auf. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geil Frisch. Sehr, sehr geil. Ich dachte ich könnte sie uns schicken. Achso! Da! Hai! Ja, ich dachte das wäre jetzt einfach als wenn ich Frischesues jetzt mal'. Ah, okay cool. Aha! Ja! Was ist das schon im Shop We Shop? Ja! Ist aber noch nicht online. Ah, okay. Ist noch in Arbeit. Work in progress. Work in progress, genau. Das frische Stub sieht da gerade dran aus. Okay. Habi mal hier erlaubt, dass er teilt. Stimmt. Das ist sehr nett von dir. Stimmt, das ist noch besser. Och nö. Nicht wieder. Die komische, helle Farm da. Und diesmal im hellen. Ja, deswegen hast du auch helle Farm gesagt. Ja, guck ich gleich. Warte, ich bin hier gerade am Ah, ja. Ich wollte gerade sagen, kriegst du das, aber ja. Wow, das war knapp. Oh nein. Nein, 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 nein. Lauf weg. Der kam von der anderen Seite. Gott, wer ist das? Wer ist das? Der Feinsteller. Die Olle Mistzau. es ist ja auch hier haben wir den platz für drei das hat er noch nicht begriffen er könnte ja die heulballen da zurückschieben sollte ich heilen das wird schon unternommen und das ist ganz schön heftig was ist denn da los ich habe ich will eigentlich mit der generator machen das macht man nicht leute der sinn ist nicht zu viel wo bist du denn jetzt sind ich bin an dem generator direkt gegenüber aber es klappt doch ja stimmt noch da ist noch scheiße 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 er hat mich angehittelt ach nee warte mal das ist nicht gut er hat mir angehittelt ach nee das ist nicht gut ja das ist schön dass es dir auffällt ist denn der ich höre ihn noch ach da ich würde wie ein schwein ein generator im kornfeld immer noch den wein von heute mittag was denn für ein wein kann ich dir jetzt gar nicht sagen ist auf jeden Fall ein rosé rosé cuvée ein cuvée sehr schön erhalte mich mal drin schlange hallo hallo ich gut hier alles voll halte mich mal danke danke hermata rosé geht immer das stimmt wer hat das gesagt frisches ja rosé passt ist ja auch noch da ganz hinten ey ich bin in der nähe ja aber er wahrscheinlich auch gut ich bin hier am besten generator dran wenn du sie retten kannst ok wenn nicht dann geh kein visiko ein hört mich eh schon oh wieso kommst du plötzlich von da ja das war knapp scheiße ja es ist aber ein kämpfer halber ja ok toll also wirklich der läuft hier diesmal wirklich komplett lang die ganze Zeit hier so in ner den scheiß generator fertig das ist eigentlich nur das erste magicsmile scheiße du du bist eine Biene ich bin eine Biene nein und auch noch in unserer nähe komm aus dieser verdammten Falle raus Junge ey oh Gott frisches vielen lieben Dank für deine donation vielen lieben Dank aber du sollst doch sparen ich bin ein wenn ich meinen generator jetzt komplett nochmal von vorne machen ja nein ich sag's nicht ich sag's nicht diese kleine rette wenn ich da jetzt wieder zum generator gehe und so hundertprozentig vielleicht wieder den generator im kornfeld meinst lass es genau den war nicht da bin ich dass ich bin da jetzt ich versuchte es fertig zu machen aber ach so da ist auch noch einer dankeschön war das nicht in dem wir von der zu viert angefangen habe ich habe keine ahnung ich habe die orientierung verloren ich finde auch das ist der schwierigste weil es ist einfach so trotzdem das ist der meist das meistfeld da ist ja der andere ist aber auch nicht gerade leicht und dem richtigen zeit war der ist nämlich genau so im kornfeld oh nein er kommt er kommt er kommt der alter das weiß gar so nah sind wir sehen er ist am generator dann lass mich raten er macht ihn kaputt ja hier wäre auch noch einer nein Geist, der hat mich gesehen, wie ich in dem scheiß Wind ging. Fuck. Komm, wir können doch über alles reden. Ich weiß, wo er dich hinbringen wird. In den Keller wahrscheinlich. Wie viele Generatoren muss man eigentlich schaffen? Man muss fünf Generatoren schaffen. Genau dahin. Ich bin im Bagger. Ich kann dir nicht dann helfen. Ja. So, nach der Runde kann ich mir erstmal noch die zwei Bilder gucken, wie du mir schickt hast von deinem Schöppi. Jetzt legt da deine Falle. Allerdings nicht, wenn du jetzt von dort kommst. Ja, okay. Nein! Okay, ich bin... Ja, ich weiß, ich seh's. Ich bin immer noch in diesem scheiß Bayern drin, ey. Aber der bleibt halt auch immer komplett in der Nähe. Ja, ich merk's. Du hast keine Chance, ey. Bei dem Idioten. Nee, der Kilder ist jetzt mal echt gut. Naja, echt gut oder... Echt am Himmel herlaufen. Der letzte Mal? Nicht nachdem. Wohin laufen? Wohin laufen? Folg mir. Das bringt nichts. Komm her, du Penner. Häng mich wieder am selben Hacken, den bin ich schon gewohnt. Ich und der Hacken sind schon per du. Was machen eigentlich die anderen beiden? Sind die auch mal in irgendwelchen Generatoren dran oder... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ah jo, das Kissen ist cool. Weil in der Zeit, wie wir hier Händchen klein gespielt haben... Müsst die doch irgendwann irgendwas mal geschafft haben. Da bist du ja. Ich schalte mal durch. Ja, ich weiß. Er hat... Ja, ich weiß. Ich muss jetzt sowieso auf Rettungsaktion gehen. Ja, da ist er. Hast du schon so ne Fähigkeit, dass du den siehst, Chris? Und sie weiß, wo ich bin. Oder? Nee. Komm, scheiß drauf. Ich dachte schon, er guckt da jetzt rein, ey. Guckt er auch, oder? Ja. Ja. Ah, so ein Arsch. Ach. Ja! Ich bin aus. Ja. 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 Ich bin der Blas in dir. Oh. Ich bin der Blas. Toll, der Angriff ist ein Spind. Ja, das ist ganz toll für mich. Ja, darum, hallo, du hast immer auch geordnet. Jetzt helft ihr. Tja. Ah, okay, er kommt raus. Er kämmt aber. Ja, er sieht das. Er hat auch diese Fähigkeit. Geht ja wieder in den Spind. Der guckt generell in die Spinde. Okay, ich glaube, du bist gleich der Futschikator. Ja. Jo. Ich bin Futschi. Ich bin da mal weg. Ich bin da mal weg, ja. W-E-C-H. Welch. Ja, ich habe einen Punkt. Ah, schön. Ich habe zwar nur einen Punkt, aber immerhin besser ist gar keiner. Oh, das war's. Ich bin da mal weg.